Herzlich Willkommen zurück, meine lieben Leute, bei Hand of Fate. Vielleicht bekommen wir hier wieder ein bisschen was. In einem alten Verlass im Friedhof, in einem Geistergegenwart... Ah, okay. Unsere Wunden wurden geheilt, Full HP. Vielen Dank Geister. Verliere fünf maximale Gesundheit, das ist wieder ärgerlich. Und die Höhlenzuflucht haben wir hier. Du betrittst eine Höhle um Schutz vor einem schweren Sturm. Wir versuchen uns zu verstecken. Oh, Scheiße. Das wird schwierig. Ich werde dich hier wählen. Ja! Sauber! Sauber! Du schlägst dein Lager auf und wartest, dass der Sturm vorüber zieht. Einige Stunden später triffst du unversehrt aus der Höhle. Alles richtig gemacht, geile Wurst. Und die... des Teufels Wahl, okay. Wir haben volle HP, deswegen... Er wird wahrscheinlich diesmal uns nicht unseren Ding entlassen, oder? Ich würde sagen, dann nehmen wir die vier Pests. Denn sieben Staubs sollten wir eigentlich easy peasy schaffen. Ne, du bist kein mächtiger Held. Ich weiß nicht, wann wir ein mächtiger Held sind und wann nicht. Aber vier Pests sind eigentlich auch okay. Müssten wir hinkriegen, hoffe ich mal. So, der flammende Eifer ist jetzt bei uns mit dabei. Und die Gier des Mitläuf... Ne, wie war das nochmal? Ich weiß es nicht. Okay. Warten wir ab, Leute. Und zack, okay. Boom! Ey, die beiden... Ey, das ist doch wohl nicht wahr! Ihr seid so ne Kackvögel! Ich hasse... Ich hasse... Ich hasse Pestviecher, ne? Ah... Verprügel die beiden Kackvögel. Geht doch. 10 HP verloren, das ist noch im Rahmen. Das ist jetzt nicht so wild. Und wir bekommen Gold dafür. 5 Gold. Wow, ich bin Richie Richie. Wir bekommen Gold, dass wir den Kampf gewonnen haben. Der Geber zieht außerdem 3 Gewinnkarten. Ziehe 2, wähle 1 zum Behalten. Ein okkulter Ring oder die rostige Axt. Der okkulte Ring, was macht der nochmal? Der Spieler richtet 3 Schaden für jeden Fluch an. Nehmen wir mit. Riesiges Glück. Wir erhalten 30 Gold. Oh, da könnte sich doch nochmal lohnen. Und, ähm, glückliche Fügung erhalte 7 Gold. Könnte sich doch nochmal lohnen, in den Shop zu schauen. Lasst uns mal eben im Inventar gucken. Ach, man kann alle Ringe, man kann so viele Ringe scheinbar umnehmen, wie man möchte. So wie es aussieht. 2 Flüche, das heißt 6 Schaden mehr. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Ja, ähm. Komm, wir schauen uns den Laden einfach mal an. Der reisende Juwelier. Der wird wahrscheinlich auch wieder gehen zum Laden. Sei gegrüßt. Wir haben dir viel zu bieten. Mal schauen. Was er wirklich hat. Ob er irgendwas von Interesse hat. Bin gespannt. Ich überspringe den Spaß hier mal so. Gegenstände kaufen. Den Höllentrank. Drücke während des Kampfes rechter Bumper, um eine Feuerform zu aktivieren. Ein Blitzschlag. Drücke während des Kampfes rechter Bumper und alle... Ach, kann ich mir ähnlich leisten. Damokless wären auch nicht schlecht. Und die spirituelle Heilung. Wann immer ein Spieler geheilt wird, erhält er plus 2 Gesundheit pro Segen und minus 1 Gesundheit pro Fluch. Würden wir momentan kein Gewinn mitmachen, leider. Damokless? Ja, 39 für die Damokless. Ne, sehe ich gar nicht ein. Dann eher ein paar Rationen kaufen. Vielleicht nochmal... So, drei Rationen nochmal mitnehmen. Und zack, nochmal drei Rationen, bevor wir irgendwann verhungern. Sicher ist sicher. Dann würde ich sagen, lassen wir uns schon wieder auf den nächsten Teil des Abenteuers ein. Machen uns hier auf den Weg Richtung Treppen. Alles klar. Ja, wir nehmen natürlich die Treppen und lassen uns auf den nächsten Teil ein. Schöner Dungeon. Ziehe Einflug. Nein! Der Spieler kann nichts verkaufen. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So, da vorne ist direkt der Ruf nach dem Priester. Äh... Ne, komm, wir gehen dran vorbei. 20 Gold, das kann ich mir eh nichts vernünftiges holen. Der hilfreiche Priester. Sauber. Der will die Ration, ne? Wir geben dem dann neun Rationen. Okay, komm, wir probieren's. Komm, schon ein enormer Erfolg. Wäre wirklich sehr nice. Äh, der hier. Ja! Boah, sind wir lucky. Wow! Er rezitiert mehrere Minuten lang in der Sprache der alten Religion und berührt dann sanft deine Stirn. Es ist vollbracht. Ziehe zwei Segenkarten. Giftiges Blut. Mit jedem Treffer am Spieler besteht die Chance, den Angreifer zu vergiften. Und... Selbstgerecht. Bei jedem Treffer teilt der Spieler zwei mehr Schaden pro erhaltenem Segen aus. Geil! Nochmal etwas, wo wir pro Segen mehr Schaden machen. Das könnte richtig interessant werden. Der verfluchte Schaden... Oh nein! Lass den Schatz liegen. Ja, ich will keine Flüche mehr bekommen. Ich habe schon zu viele eigentlich. Drei Stück. Die Gebeine des Helden. Die nehme ich gerne entgegen. Ähm, wir nehmen die Besitztümer entgegen. Bla bla bla. Bla bla bla. Die Wikinger-Klinge. Die werden wir nicht ausrüsten. Und den Schmerz... Den rüstet er... Ne, den will ich auch nicht ausrüsten, denn... Die müssen wir eh wieder abgeben. Ähm... Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie... Nach fünf Spielern... Die Rückkehr des Helden genau vor uns. Na also, easy game. Drei Rationen verlieren ist nicht so schlimm. Oh, obwohl doch, wir haben sehr wenig. Die Rückkehr des Helden. So. Wir geben das Schwert zurück. Ach so, aus seinem Schild. Ja, wir geben auch das Schild zurück. Sehr schön. Und wir bekommen dafür eine weitere Segenkarte. Kritischer Treffer. Sehr schön. Der Spieler richtet dreifachen Schaden an betäubten Gegnern an. Leute, das ist richtig nice, was wir hier haben. Bloß die Rationen werden langsam knapp. Deswegen, direkt auf eine Seereise begeben. Wir gehen natürlich an Bord. Und kommen zum nächsten Dungeon. Dungeon. Da ist der Kesselflicker. Vielleicht hat der Rationen, Leute. Da muss ich hin. Wir gehen da lang. Der Golem-Angriffstrupp ist nicht so schlimm, muss ich sagen. Mit dem Golem-Angriffstrupp sollten wir klarkommen. Ja, wir greifen hier. Ein Lava-Golem, das sollte klargehen. Welchen Erfolg werden wir ziehen? Den hier. Yay! Es ist wirklich ein Erfolg gewesen. Sehr schön. Wir stürzen uns in den Kampf. Geil. Leute, ey. Wir machen richtig immensen Schaden jetzt durch den Ring und durch den einen Segen, den wir haben. Wir haben irgendwie fünf Segen. Das heißt, wir machen keine Ahnung, wie viel Schaden mehr. Das könnte sehr interessant für uns werden. Das könnte wirklich sehr interessant werden. Jetzt ist nur die Frage, ob wir an dem Golem mit dem Feuer schaden. Der ist ja wahrscheinlich immun gegen Feuerschaden, ne? Könnt ich mir vorstellen auf jeden Fall. Haha! Kurz von den Fallen getroffen. Warte! Oh! Wow! Im letzten Moment. Okay, dem sind wir wieder gut ausgewichen. Leute! Nein! Der hat mich noch getroffen. Du Monster! Oh, das hat ihm sogar doch noch Schaden gemacht. Hätte ich nicht erwartet. Muss ich ehrlich sagen. Okay, da hat er seinen Scheiß gemacht. Und weg hier! Dack! Trifft er mich schon wieder? Okay, schnell weg hier! Nein! Och Mann! Komm schon! Schlag du mal! Jo, hat er gemacht! Okay, sehr gut! Läuft bei uns, Leute! Und? Mach ihn fertig jetzt! Ah! Hat nicht gereicht! Oh Mann, ey! Das ist ein harter Kamm! Hätte ich nicht erwartet! Schauen! Boah! Schon wieder getroffen! Ey! Dieser dreckige Golem! Ja! Geht doch! Zu viel Lebensenergie verloren für meinen Geschmack, trotz alledem. 47 Gesundheit haben wir nur noch. Oh Mann! 5 Gold bekommen wir durch unsere Handschuhe, die wir haben. Und wir bekommen zum Dank Rationen. Ja, sehr schön! Die liegen aber da hinten. Okay, einmal hier hingehen. Neun Schaden genommen. Ey, bitte hast du Rationen für mich, mein Bruder. Ich muss auf jeden Fall zum Laden. Ihr braucht mir nicht viel zu bieten haben. Nur ein bisschen was zu beißen. Nur ein bisschen was zu beißen. Komm schon! Yes! Sauber! Ähm... Ich glaube, ja komm, wir holen uns sechs Rationen. Da hinten liegen ja noch welche. 38 Lebenspunkte. Das ist so immens wenig. Das reicht nicht, glaube ich. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Ich verliere fünf Gesundheit jetzt auch noch, ey. Und es ist der wütende Gildenmeister. Shit! Wir gehen in den Schatten und suchen das Licht. Okay, also eines Nachts. Entschuldige dich demütig. Geh mal aus dem Weg, Bauernpflegel ruft der. Als er davon... Meine Tochter ist mit meiner Tochter. Ach, stimmt. Ich sollte den bestehlen nächstes Mal, ne? Okay, probieren wir. Egal. Nichts passiert eigentlich. Wir bekommen fünf... Äh... Und die Might! Oh, die Might! Du musst mich heilen. Du musst mich heilen. Ähm... Ich benötige ein längeres Leben. Ein maximale Gesundheit Karte. Geil. Fünf Max. Damit sind wir wieder auf 100 Max. So wie es eigentlich auch sein sollte. Ein Problem habe ich jetzt nur. Ich muss verdammt viele Rationen jetzt hier ausgeben, damit wir da unten hinkommen. Das ist echt richtig ärgerlich. Wir gehen dran vorbei. So, dann gehen wir hier hin. Oh, schaut euch das an, wie unsere Rationen weggehen. Aber wir haben... Oh Gott, fünf Max. Maximal Gesundheit wieder weg. Und wir haben dafür jetzt, ähm... Sehr viel Rationen leider verloren. Der Geheimbund. Oh, okay. In einer dunklen Gasse im Elendsviertel einer alten Stadt kannst du an einer seltsam markierten Tür vorbei. Wir klopfen. Nachdem du klopfst, wird die Tür von einer kleinen Kreatur geöffnet, die zu dir hoch sieht. Der Hausdämon schnüffelt und rümpft dann die Nase. Du hast den Gestank des Heiligen an dir. Er schlägt die Tür wieder zu. Okay. Wahrscheinlich, weil ich, äh... Segen dabei habe. Gut, Leute. Das wird dann wieder hier das Fährboot sein. Sauber. Und wir lassen uns natürlich auf das nächste Abenteuer hier ein. Oh, der reisende Heiler direkt vor uns. Ich bin nicht der erste, die die Karten anzunehmen. Nor sind Sie der erste, die spielen. Ich erwarte nicht, dass wir das letzte sein werden. Okay, Leute. Ich würde sagen, lasst uns an der Stelle dann noch einmal einen Cut machen. Wir sind sehr weit gekommen. Werden wir es schaffen. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ihr könnt ja schon mal unter dieser Folge einen Tipp abgeben. Ich sag einfach, bis später. Haut rein. Fuck! Vielen Dank.